Ey, Mila, weißt du eigentlich, in was für einem Bezirk wir gerade sind? Kreuzberg? Wir sind in Kreuzberg, ganz genau. Melvin, ich hab ein Lied im Kopf, ich muss das vorsingen. Sing vor. Ich bin Mila und ich schille gerade in Kreuzberg, geb mir mal mein Zeug her, Santa Schock wird teurer, Berliner Sonne und ich sehe keine Wolken, Trikot von meinem Bruder tragen, weil ich auch, wie ich stolz bin, ah, yeah. Imani, Baba spielt gleich. Baba, Baba, Baba. Baba, Baba. Imani weiß Bescheid. Baba wird auseinandernehmen. Wo ist Baba? Jindawi. Baba, Baba, Baba. Zeig uns Jindawi. Guck mal, ich meine, hier ist Baba. Komm, ich sag, komm, Baba. Here we go. Baba, Baba, Baba. Bitte, ein Goal. Amerika, Amerika, ich hab eine Großbestellung gemacht bei Nike. OMG, move to zero, Nike. Eine Botschaft an Nike. Danke Nike, dass mein Mann bei Ihnen unter Vertrag sein darf. Imani, sag mal Nike. Kaki. Nein, Imani, Nike, nicht Kaki. Kaki. Imani, hast du einen Schuh bekommen? Ja. Wow, Jordans? Imani. Wow. 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 Luisa, lass uns schauen, was da noch drin ist. Ist du bereit? Und er hat einfach die Liebe meines Lebens einen Neckvertrag. Pekarowski. Wieder was für Imani. Luisa, was ist das für eine Verpackung? Oh mein Gott, Leute, das sieht so krass aus. Abooo. 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 Leute, die haben mich auseinandergenommen. Erste Challenge habe ich verloren, zwei Challenge habe ich verloren. Ich muss wenigstens eine Challenge gewinnen heute. Wir haben 20 Sekunden Zeit, diesen Parcours zu laufen. Also wer näher an 20 Sekunden dran ist, hat gewonnen. Hier wir gooo. Ich hab 19,9. Ja, da kommt ihr habt alle Druck, ich hab vorgelegt. Ihr habt alle Druck. 20,7,7. Du hast verkackt. 19,1. 19,1. Ich bin immer noch besser. Du musst noch ein bisschen üben, Bruder. Ist schön, wenn man die beste Zeit hat, kann man große Fresse haben. 19,6,7. Jaaa. Schwache Leistung. Schwache Leistung. Ey, boah. Leute, wir wurden zu einer guten Sache eingeladen. Kommt einfach mit. Okay Leute, wir stehen jetzt vor der Schlange. Wir helfen heute Leuten, denen es nicht so gut geht, Leute. Und normalerweise zeigt man sowas nicht. Und die guten Taten, die wir machen, versuchen wir immer im Hintergrund zu behalten. Aber manchmal ist so eine Erinnerung gut. Vielleicht kommen durch diese Bilder auch Leute dazu, etwas Gutes zu tun. Und das ist unsere Absicht mit dem Video. Wir alle kennen das Gefühl, wie schön es ist, wenn an uns gedacht wird. Deshalb lasst uns an andere denken. Lasst uns geben und die glücklich machen, die nicht so viel haben. Vor allem jetzt, vor dieser Jahreszeit, gibt es viele Menschen, die kein Zuhause haben und unter Brücken schlafen müssen. Leute, ich schwöre, es ist nicht viel. Kauft ihnen eine warme Mahlzeit. Oder schaut auf ihr alte Klamotten habt, die ihr nicht mehr braucht. Lasst uns füreinander da sein. Und wenn es uns gut geht, heißt das, wir tragen eine große Verantwortung. Weil wir haben die Macht, Menschen zu helfen, denen es nicht so gut geht. Wie geht's dir? Super. Wie geht's dir? Super. Was trinkst du? Kakao. Was trinkst du? Kakao. Leute, wir haben eine Sache lange nicht mehr gemacht. Ich weiß was. Hä? Du kannst das nicht. It's time. It's weekend time. It's Mila time. I want. Let's go. Wo, 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 wo? Wo ist meine Mama? Wer hat sie gesehen? Bist du meine Mama? Nein, du musst weitergehen. Wo, wo, wo? Angekommen. Wir stehen vor dem Museum für Naturkunde. Was ist Naturkunde? Natur. Was erwartet uns heute? Die Erde ist voller Natur. Innen drin ist die Mutter Natur. Und das wird heute repräsentiert im Museum. Den letzten Jahrhunderten, die Wesen von 19.160 Jahren, wo noch die Dinosaurier lebten. Here we go! Luisa, meinst du das echt? Laut diesem Museum, ja. Stell dir mal vor, du lebst damals, auf einmal siehst du, ein Dinosaurier kommt dir entgegen. Was machst du? Wegrennen. Mila, dein Cousin. Wenn er mein Cousin ist, heißt das auch, dass es dein Cousin. Hast recht. Das ist das, was du siehst. Warte, warte, warte. Imani, Imani, was machst du hier? Wie bist du hierher gekommen? Auto. Mit dem Auto? Wie bist du? Bäh, warte. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie die Packungsbeilage und lesen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Bist du bereit? Klar. Ich bin auch bereit. Jetzt werden wir sehen, wer der beste Rollstuhfahrer ist. Luisa, irgendwas sagt mir, du wirst dich so auf die Fresse legen Wir fangen an mit, wer macht den besten Trick Mein Trick heißt Hubsamichika Okay Luisa, was ist dein Trick? Der Trick heißt Hubschrauber Reicht, du hast gewonnen, reicht, reicht Luisa, das war kein Hubschrauber, das war Hubschrauberabsturz Wie heißt dein Trick, Nedr? Der Trick heißt Michael Jackson Moonwalk Die nächste Aufgabe heißt Bremsen Wer besser abbremsen kann Bei Rollschuhen Ich bin Profi Okay Luisa, jetzt du Sie steht Gut gebremst Jetzt ich, jetzt ich Luisa, ich hab den Moment verpasst Die letzte Challenge Wettrennen Wer ist der Schnellste? Wer ist der Schnellste? Ja, ich hab gewonnen! Juhu, ja, ich hab gewonnen! Juhu, ja, ich hab gewonnen! Der Moment, der nicht gestraut ist Den Juni hat Er hat eingeschlafen Bravo, Iman! Ewa